Aus welcher Richtung? Wenn du jetzt da in diesem Kahütchen warst, wo die ganzen Wespen rum lagen, der hat ja kein Looppack, da direkt links davon in die nächsten Zelte reingegangen bist und da waren welche, also da war ein Typ, der mich abgeschossen hat. Ich vermute, er war sogar im Zelt und ich habe ihn nicht gesehen. Da läuft jemand über die Mauer, siehst du das? Das bin ich bestimmt, der hier läuft. Ach du Scheiße. Du bist vorsichtig, der hier läuft immer wo. Jetzt bist du auf der Server, wo so wenig Leute unterwegs sind und trotzdem stirbst du. Ja, wir müssen gucken, dass wir dich irgendwie verwenden. Ne, ich bin tot. Oh ne. Doch, doch. Unglaublich. Hast du dich ausgelockt? Und hier sind gerade mal zwei Mann drauf. Ne, ja eben, das ist ja das Harte. Ne, ich habe nicht mal auf Kontakt gerechnet und dann läufst du irgendwo rein und dann kannst du da rein. Ne, ich laufe in den Stadtraum, ich suche hier in der Zeltstadt, ich suche auch den bei der Leiche. Also wie gesagt, du weißt, in diesem Bunker muss es einen kleinen Loopback gaben. Direkt davon, die ersten Metall, die wir links angefangen haben, da hat dann nicht hier die abgeschossen. Ich sehe da jemanden hinten, aus dem Zelt hat er glaube ich rausgeglitscht. Da wo der Loopback ist, und oben drüber, ist ein Zelt. Der ist noch nicht da rausgeglitscht. Das kann nicht ich sein, ich schieße laut. Ich bin ungefähr da am Eingang, wo wir eben waren. Oder wo war der Zeltstadt? Was ist der SPS? Das war vielleicht doch meine SPS, die ich genommen habe. Ne, ich habe geschossen. Auf das Zelt. Oh, hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Ja, da, aber wo? Der kommt rein. Er läuft durch. Ich sehe ihn. Ich konnte nicht schießen. Er ist durchgelaufen. Er kommt wieder zurück. Läufst du am Auto? Nein. Abschießen. Ich gucke jetzt ein bisschen oberhalb von dem Wald, wo wir eben in den Eingang reingegangen sind. Von oben gucke ich in die Zeltstadt gerade rein. Hinterm Auto ist glaube ich einer. Ich kann nicht nur dieser Temo oder dieser Eingang. Mann, hilf mir Mann. Ja. Ich sehe die ja nicht wo. Einer down. Einer ist vom Server runter gegangen. Einer ist tot. Ja, dann ist der vom Server runter. Hast du ihn erwischt? Mhm. Kann noch einer da sein, ne? Ich blute. Scheiße. Ich glaube nicht, dass sie zusammen gehören. Weil der eine ist direkt offline gegangen. Aber du hast ihn ja abgeschossen, den Typ. Jo. Er hat alles dabei. SVD sogar. SVD hat er sogar. Sag ich mal einer, ich hab ihn noch. Ja, ich hab ihn dir geplant. Ich hab ihn gleich geplant. Ich hab ihn mit Screenshotsysteme gehört. Die war jetzt im Auspass. Ok, geht's brak'in. Ja, ich hab ihn schon an den Königen geplant. Ich hab ihn mit dem Screenshot gemacht. Das ist mehr red. ich habe mich total erschreckt, ich kam rein, aber wir sitzen da drei macht jetzt wieder zu falls das jemand interessiert, ich bin direkt neben dem Brunnen im Gebäude bitte nicht hier schießen dann komm runter zum Strand zum Strand? ja da ist eine kleine Hütte neben der Halle in der Halle sind 3 Spiele ich bin drauf in der Halle bei der Halle, am Zaun neben der Halle ist er immer? grüne Kappen sind wir, der Rest gehört nicht zu uns zu weit sind wir nicht wir laufen jetzt zur kleinen Hütte neben der Halle das kann einer und das kann Turino sein nee, ich hab noch einen Police-Wade zwei Typen sind jetzt bei der kleinen Hütte neben der Halle eine ist in der Halle drinnen ok noch zwei Typen kommen vor der Halle ich bin da, ich bin da Toshi ich bin in der Halle schieß sie ab schieß sie ab schieß sie ab ner ist noch da ey anje Sniper würde ich ab schießen er muss noch nicht rein schießen in dem Gebäude drin das seid ihr, das seid ihr grüne Kappe alles klar darf ich ihn ab schießen? ja schieß ihn ab In der Halle, wo bist du? Ey, das nächste Mal bitte die Richtung sagen, wo die waren. Ich dachte, die sind vor mir, aber die waren hinter mir. Okay, ich hab's da weggemacht. Sauber. Halle ist unsere. Ihr müsst auf die Kappen achten und auf die anbinden. Ja, glaub ich nicht auf die Kappe geguckt. Ich hab vier, fünf Schüsse auf mich bekommen. Nutella, ich bin rechts neben dir, ne? Leg die Waffen von denen weg. Oder klaut wenigstens die Magazine. Da hat irgendjemand über den Schutzschlag. Hier zwei Leute. Ähm, ich brauch mal Hilfe, hier einmal. Das wär echt nett. Ich brauch unser Leanback. Meine beiden sind's gebrochen. Komm her, komm her, komm her. Okay, ich hab das Magazin geklaut. Vielleicht kein Halle. Warte. J. Joe, Nutella guckt auf die Dings, ne? Die Berge. Ich komm kurz rein. Nutella? Ja. Ich hab mir hier einen Gilly angezogen Kopf. Siehst mich? Wo bist du, Felix? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Alles klar, ne? Die kommen bestimmt wieder gleich, oder nicht? Ja, ja. Haben die keine Waffen. Da liegen keine Waffen mehr. Geladene. Hoffe ich mal. Ich hab's nie leer gemacht. Und hier. Der schwarze, der rear geht. Brauch bitte und soll ihn weg. Ich guck mal noch hier. Bitte decken. Ist einer von uns gestorben? Nee, ich war ganz knapp davor. Ja. Hab ich dich gerettet, ne? Er hat ne Jacke hier. Das Problem war, die sind hinter der Mauer. Und ich hab hier unten... Zombie kommt zu euch noch. Wo bin wir? Ey, da oben ist Zombie Agro. Kann sein, dass da einer ist, oder? Ja, welche Richtung an? Ihr müsst die Richtung an sagen, ungefähr. An dem Blockhaus. Danke. Okay, jetzt ein Waffen leer. Doch, noch eins, bitte. Zombie kommt zu euch. Richtung Elektro. Hier. Zombie. Ah, lass mich. Hau den Victor. Victor, klatsch den da um. Als ein Speedhack-Zombie. Boah, wie schnell der... Ey, nicht mich! Ich fühl, dass der wie ein Gegenklappt. Aua, der haut nicht. Ja, der ist übelst schnell, der Zombie. Während dem Kreis. Oh, Victor schlägt Frauen, ey. Oh, du bist ja wild. Die steht auf seinen Scheiß. So. Und nehmen wir den Roten hier sonst, Victor. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Gute Dame. Das war Notwehr. Oh, die hat Strapsen an, ne? Nur für dich. Und Nagellack. Ey, die hat roten Nagellack. Wusstest du, dass die Zong ist... In den Augen. Meinst du, in den Augen? Oder im Mund? Dass die schon alles gefressen hat. Hier ist nur ein roter. Ja. Helm. Das sind ja echt mal... Unnötige Sachen, aber schön. Wenn die alle ausfallen. So. Dann wollen wir dann langsam loslegen. Schon wieder... Warte, gib mir mal zwei Sekunden, bitte. Okay. Vorbei. So. 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 Zum Geburtstag friedglück Alles Gute zum Zwanzesten, ne? Hast du ein anderes Lied? Hä? Hast du ein anderes Lied? Du willst nur ein anderes Lied? Ja, gib mir was Polnisches Ja, da kenn ich mich doch nicht mit aus Meinst du, es gibt Leute, die da mit so mal Musik gemacht haben? Mit den Tieren so? Auf Youtube? Die was irgendwie zusammengeschnitten haben? Zusammen, gleichzeitig muss man es ein paar mal machen kann Der Sound ist ja random, das wird immer ein anderer Sound, ne? Ist nicht der gleiche Wo ist der? Ach hier, warte mal, ich hab noch was für euch Hier, ist der hier Elektro In der Feuerwehr F***ing feste Bug, na jetzt So Dieses Salutieren finde ich cool Boah, das ist echt ne gute Einstellung Ja Das ist mein Kinnhalter Das wird die Figur nicht ungefähr Aber ich find krass wie doll er dann atmet auf einmal so Zeig, sondern der Schock denn Ja Der Spiel ist schon kaputt Ja Lass mal rüber nach Ich nehm halt so viel mit, wie ich kann Komm, lass mal rüber, noch den Typen da rausfallen, zur Alley Zwei Typen sind da drin, Leute Zwei, merkt euch das Einer sitzt links, einer sitzt rechts von der Treppe Also Haus haben wir hier komplett zerstört alles Los Das laufen wir mal rüber Das laufen wir mal rüber Also dann meint die das hier gegenüber hier, das hier Neben den Garagen Müssen wir hier lang Nehmen doch mal den Typen Das ist nicht neben den Garagen Das ist direkt an der Hauptstraße Gegenüber von der Polis Gegenüber von der Polis Gegenüber von der Polis ist eine Schule Was hab ich denn jetzt? Was hab ich denn jetzt? Ist das ein weinrotes Haus? Mit zwei weißen Doppeltüren? Und du kannst auf den Brunnen schauen Ja, dann ist das das mit neben den Garagen Das sind auch drei Garagen Also hier oben sitzen die drin Ja, einer ist gerade an meiner Leiche Weiß Jetzt stürm doch einfach rein, Mann Deck doch immer weg da Ich stürm da jetzt rein, weg da Ich stürm da jetzt rein, weg da Und er ist tot Du? Ja Ja Schlaf, daher Ich glaub wir haben alle Du musst mir jetzt helfen umpacken Vector? Ja, ja helfe mal umpacken Hier ist auch schon ein Benzinkanister drin. Egal, den klauen wir jetzt hier alles. Was hat denen gefehlt? Die Zintkarte. Denkt dran, wir müssen die Hosen noch und alles reinkriegen. Was ist das noch in Packerei? Schaut mal, welcher Kenister der größere ist. Ja, der andere von denen, der hat 70. Und weiter? Soll ich alles rüberschleppen? Ja, erstmal die Hosen, dann können wir die Hosen wieder vollpacken. Die Smirsch-Reste noch da rein. Und schmeiß mal den Kanister raus und nimm mal den 70er hier von uns mit. Da haben wir schon mal einen ganz guten Start hingelegt. Das wird schon wieder drei. Ja, fast schon wieder, was wir ja alles gefunden haben. Ja, da hast du einen guten Riecher gehabt. Wie lege ich jetzt den Tank ins Auto? Einfach nochmal. Wie das Dings auch. Das muss aber von der Hand aus geht es nicht. Von der Hand aus nicht, muss er am Boden legen. Die Weste kommt. Gut. Gut, Weste ist drin. Ne, ich kann ihn da nicht reinlegen. Warte, mach ich das jetzt. Na doch, hast du doch geschafft. Ne, vorher wollte er nicht. Kann man das umfüllen? Theoretisch schon. Ja, mach den einen leer. Tu den einen natürlich voll machen von uns. Äh, den Tank wieder voll machen vom LKW. Liegen bleiben wäre natürlich auch keine gute Sache. Vielleicht nochmal tanken auf dem Rückweg. Ja, aber wenn wir jetzt den 35er Tank, wenn wir den jetzt voll machen... Warte, ich hab hier noch was. Das muss nochmal raus. Ach, braucht ihr vier? Scheiße. Okay, warte. Warte mal, Vector. Warum kriege ich den nicht da rein jetzt? Warum kriege ich den nicht da rein jetzt? Wo ist die denn sogar? Ja, ich hab ja auch eine und eine gebraucht, da haben wir jetzt dran. Also in der Nachbarschaftsdorf von unserer Base sozusagen. Da liegt sie jetzt. Was liegt da? Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Sollen wir dann direkt hochfahren oder was sollen wir machen? Ja, hochfahren. Oder sollen wir dich vorher einsammeln? Nee, nee, ich bin schon oben. Also in dem Dorf vor unserer Base halt. Perfekt. Okay, Viktor. Bist du bereit? Jo. Ich krieg die Zündkerzen nicht rein. Wie hast du die rein gekriegt eben? Ich glaub mit dem... Ich kann die auch nicht rein kriegen, weil ich was in der Hand habe. Ich hab schon ein Bug. Ich hab schon ein Magazin permanent in der Hand, das geht nicht weg. Hm, ich muss was essen. Kannst du mal hier die Dings reinmachen? Steig mal ins Auto und steig wieder aus, vielleicht ist dann der Bug weg. Nee, das war dann trotzdem noch eben bei mir auch. Oh, bingo! Hier ist noch ein zweites Fass. Ja, geil. Komm, Viktor. In der oberen Ortschaft. Wo bist du schon wieder? Ich bin in der Auto, und du? Liegt hier irgendwo direkt vor mir. Geil, jetzt fängt er schon wieder gut an. Haben wir doch. Und wenn wir jetzt die anderen Fässer auch noch rüber kriegen, das wär dann der Hit. Dann haben wir vier Fässer. Fünf Fässer. Fünf dann? Ja, das wär fett. Ich hab ja gestern noch eins. Es fehlt nur noch ein Zelt. Es geht nicht, Mann. Kriegst du nicht rein? Ja. Dann pack das doch mal in dein Inventar. Habe ich schon gehabt. Bei mir liegt die am Boden. Jetzt ist die weg. Wohin? Hier. Oder geh mal näher ans Auto. Ah, ich hab das Magazin weg. Du kannst wegschmeißen, aber nicht kombinieren. Nicht wegschmeißen, bloß nicht wegschmeißen. Gib mir nochmal die Zündketze. Ja, die liegt da. Glaub ich. Guck mal, was hier... Einsteigen. Ja. Der wird. Hier ist eine bei Auto Batterie. Schauen wir die. Ja, wir haben aber keinen Platz mehr. Wir haben schon zwei. Hier liegt Notfalls auch noch eine. Ja, siehste. Das ist immer mit so vielen. Wo ist die? Ja, ich hab das auch schon. Also eins zu eins am selben Platz von gestern, oder? Ja. Und da sagen die, das sind keine LKWs mehr da, die Affen. Dann seid nicht alles kurz so. Die wollten bloß nur, dass wir da hinfahren und dann die Dinger holen. Das ist das. Also du musst Repair-Cat in der Hand nehmen, das Ding abbauen. Genau, auf den Boden legen und drüber scrollen mit Mauswarte. Und dann muss eine Option kommen. Ja. Wie zieht da was? Warte. Ich kann den da noch nicht mal am Boden legen, ich schmeiß den jetzt am Boden. Das hat er dann am Boden gelegt. Ja, kann ich auch nicht. Ah, bei mir ist das auch... Ne, den darfst du nicht am Boden schmeißen. Warte, ich mach den einen erst ab hier. Bitte. Ja. Sollen wir so weiterfahren oder nochmal zwei Reifen holen? Den Truck zum anderen Truck fahren. Wo ist dein Reifen? Hier, nimm den mit. Und dann da hinfahren? Ja. Mhm. Ich hab keinen Sprit mehr. Das sagt nix. Ich hab keinen Sprit mehr. Super. Was ist das denn ernst? Ja. Ich bin grad am tanken. Ja. Vielleicht hat der das verloren schon. Könntest du den dann am nächsten Tank in dein echt anhalten? Ja. Auto voll machen. Ja. Hm. 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 Ne, das ist deine... das ist deine ex stimmt wirklich gucken ob die immer noch solche bewegungen machen wie krass der gehört bestimmt nicht hierhin es haut die mich gleich mit einem schlag k.o. oder so die haut anders die holt jetzt voll aus ihm gibt ihr vor den schwinger stehst du so komisch da siehst du die haut die macht voll die schwinger kommen wir nehmen die mit wir nehmen die mit nach oben dann haben wir wenigstens eine frau da oben ja aber ohne beine wird dann haben wir wenigstens zombie können wir wenigstens sagen die anderen haben das nicht wie so ein haustier wieso sehen wir dieses in diesem fall es gibt keine vielleicht können wir den verkaufen wäre ich mal was im käfig müssen wir ihn bauen können im innenhof mit mit gatter wo man vor sie nicht raus können raus können das wäre es noch hier dann kriegt er mal menschen vielleicht zum essen oder was die anderen waren besser die waren schneller wozu braucht man ein zombie eigentlich für gar nicht sehr gefährlich und wie schnell die wird die wird zu unserem team dazu gehören krass jetzt angepasst und wie sehr gut Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018